Es ist immer doch wieder schön, dass man zusammenkommt im Trainingslager. Wir freuen uns auch wirklich über die zahlreiche Unterstützung der Fans aus Wolfsburg und es ist natürlich auch eine Selbstverständlichkeit, dass wir wirklich einen schönen, netten Abend mit unseren Fans verbringen. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, weil man sich doch ein Stück weit näher kennenlernt. Ich glaube, das stärkt dann auch irgendwo die Bindung und wir freuen uns immer auf die auf die Stunden, auf die interessanten Gespräche mit unseren Fans und ja, mittlerweile ist es ja schon Tradition. Bei uns am Tisch ist die Stimmung ziemlich mega. Erstmal total gut, dass die Spieler sich wieder die Zeit nehmen, hier mit uns zu quatschen und sowohl Marvin als auch Philipp haben echt ordentlich was zu erzählen gehabt, wie das Trainingslager so läuft und das ist total gut, dass wir hier ins Gespräch kommen. Ja, das macht einfach Spaß. So familiär, wie das beim VfL Wolfsburg zugeht, ich glaube, das kann man irgendwo noch suchen und man findet es nicht. Es macht einfach Spaß hier, die Leute sind toll, die Mannschaft ist toll, alle sind gut drauf. Passt soweit. Ich denke, es ist schon wichtig, auch als Spieler das zu sehen, auch die Meinung von den Fans persönlich zu hören, was die für Gedanken haben und ich glaube, dass es natürlich auch für die Fans eine richtig coole Sache ist, dass die in so einem engen Austausch mit uns kommunizieren können, auch mal Fragen stellen können, die ein bisschen tiefgründiger sind oder auch anders sind als jetzt mal von der Weite her. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.